moin moin liebens moin moin freunde willkommen zu let's play infestation und in dieser folge wollen wir uns hier speziell auf campus fixieren wir zoomen hier mal ein bisschen ran, denn gestern war der patch und sie haben campus komplett umgebaut oder wie viel jetzt auch umgebaut haben sie haben wissen wir noch nicht genau das wollen wir uns angucken wir sind jetzt hier einmal auf dem privatserver zu gange und wir wollen einmal campus komplett abfahren ein bisschen die gebäude reinschauen und hier und da mal vorbeigucken was denn hier so neu es gibt und ja vielleicht finden wir sogar eine granate die auch gepatcht wurden wobei wir denken das droppt eher ein military loot und da sind wir hier ein bisschen falsch so ich habe noch einen range feiner dabei sonst katana genug rucksäcke ein bisschen bandage falls wir hits fressen aber ich denke mal wir sollten hier auch sogar ein bisschen mats bekommen ja hier gibt es auch davor und da ist schon das medic haus aber ich glaube hier im parker will dass sie vorstattet haben soll ich auch nicht wir sprechen der flair sollte man werfen jahr werfen aber auch mal nicht zufrieden zum Teil der dritte und auch in der Zeit wenn man werfen meint und ist ein ja zufrieden bei uns und fressen ihren zu sagen wie bei Call of Duty die sind ich weiß nicht oder sie kommen alle richtung fast hier ich weiß nicht mehr zu dem typen aber ich werde jetzt mal hier auf die straßen das wird jetzt geil, warte mal, mal gucken, mal genau drauf, wie die auch fliegt ok, ich werde sie jetzt auf die Straße, 1, 2, 3, go na, aber cool, jetzt sind die Musik, warte mal an, die laufen ne, guck mal, was macht der, ne, wieder dahin shit ey, ich weiß, mit Medica, dann machen wir unsere Disco, nicht kriegen Probleme, ne ok, dann, die Uhr haben wir es, ne, weiß gerade, weil hier oben ist nochmal, hier oben eigentlich noch die Häuser, ne oh, ja, stimmt, guck mal, da kommen überall hoch jetzt, nice das mal hier rein, nein, wir gehen, nein, gleich nochmal kurz, was wir legen, um nehmen kurz die Metz warte mal, ich denke mal das wird hier sein, wir sind ja gerade in einer Werkstatt, das wird so wie sein, wie der in Clearview, dass man jetzt hinten rauskommen kann und dann was, wenn wir den Blut erhören, aber wieso liegt hier ein Enthysimi das ist aber selten, ne, und jetzt, denke ich mal, rechts kann man schon nicht hochklettern, oder? ja, dann geht in das Haus hier rein, und dann gibt es jetzt hier die Treppe hoch ach, ehrlich? ne weil, man, ich denke, man, man wird irgendwo seitlich Kisten hoch springen können nein, ich kenne das eigentlich, das ist ein Volk kommt da hab ich jetzt von mir jetzt eingeordnet warum man das kennt, wenn man das sagt, hier geht es rechts wahrscheinlich ah, warte, warte, das ist nie eine Leiter gewesen, oder am E-Volk jetzt wird er hoch zu kommen ach, ja, hier geht es hoch ja, genau, genau oh Gott, so das ist ja, nein, weil kann man auf allen Dächern immer sein, dass man das vorfühlt ja, im Kampus kann man allgemein der O-Zenten sehr viele Dächer draufkommt hier jetzt hier rechts, ne, ja, sage ich ja, mit Kisten ich glaub, da Treppen hätten sie als Gebäude umbauen müssen, und so ah, Wiener hat das schon drauf hab schon einen Punkt, teuer so, ja, sieht aus wie doch der Werkstatt, ne ah, und hier kommt man hier oben, meine ich auch nice da gibt man uns hier richtig einen abgehoben nice, ey äh, das ist sowieso hier jetzt neu verkauft so ein Sniper, ne, hier mit das Sniper aber sieht ganz geil auch mit den Bäumen hier oben, so, weil er noch ein bisschen geschwitzt ist jetzt hier, ne oh, das ist das nice hier auf dem Dach, das sieht ja aus wie, keine Ahnung weil von Dach zu Dach kannst, das brummt richtig ja, stimmt und ich auch die Eckpfosten, da kann ich mir so ein bisschen hinterlegen ich geh mal noch mal ein Haus weiter soll ich trotzdem endlich abfangen? ja, wenn du willst wo bin ich mir drauf? guck, 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 guck oh, einfach mit einem 16 mal dran sitzen oder so und dann ballast und dann ah, nein, ja, man hat ein kleines Versteckte von einer Seite nice, ey, okay, geil ja, guck mal, wie die ganzen Straßen hier bewachen kannst, also wenn du einmal oben drauf bist, komm oh, du gehst hier hinter man hört das sogar auch gar nicht richtig und dann springst du hier oben drauf, siehst du dann auf der Straße und bratz, 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 ist er weg und Zombies, waren hier immer schon so wenige Zombies, haben sie? ja, ich hab das ein bisschen weniger langer gemacht, weil sie wollen doch jetzt die Partnerstadt einfach müssen mehr PvP haben ja, ja, weil sonst ist alles immer auf Clearview ausgelegt und, äh, finde ich gut, aber weil weil es auch so eine schön große Stadt ist, ne genau, sonst ging die Stadt ja auch komplett unter und ich meine, warum nicht? wollen wir kurz noch in dieses Police hier gehen, das ist hier hinter, das weiß ich auch noch ich überleg ja ganz kurz, wo ich jetzt runterspringen soll ich glaube, du kannst einfach runterspringen, das darf, weil dir ist kein Schaden ja, ich bin jetzt nicht gestorben ja, fuck, hier ist der Eingang dicht natürlich, gut, dann laufe ich einmal außenrum, komm dann wieder zu dir dann gehen wir eben noch dann kurz, ähm, 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 Police und dann gehen wir mal in Campus rein das hier in die Brücke ist normal, das ist normal, ja ja gut gut tja, hier ich lade mich jetzt einmal ein ich lade mich jetzt einmal ein ich lade mich jetzt einmal genauerweise, wo du auch bist so ab hier ging's, genau, hier ging's drüber aber ist schon ganz lustig gemacht, der mit dem Police hier, ne ja, das war auf jeden Fall geil das war auch früher schon so ich lade mich jetzt mal hier drauf dann gehst du da oben drauf ich lade mich ich lade mich ich lade mich an, ne ja, warte doch du kommst nicht lang, du musst ausmachen warte, die lebt ja noch oder auch nicht du musst ausmachen warte, dann machen wir das mal ganz schnell, dann zeigen wir das auch nochmal fix hier dann sind wir ja gerade im Park, aber die ganze Zeit noch, ne die Vorstadt noch so, wo, wo, wo hast du angefangen jetzt hier? einfach da geradeaus, den Zombie töten und dann wo die Füsten da das ist weiter mehr zugegangen ah, ok, ich verstehe genau, und wir, dann auch oder so tack mit Sprint jetzt kommt hier der gelhaften nicht egal, muss ich auch nicht fuck, jetzt habe ich es wieder komplett gefällt egal, ok das war ich gerade nicht drauf gekommen mit Sprint kann man Hörspringer oder das ist eigentlich nicht wahrscheinlich aus dem Laufen und Raufspringer kann gut sein gut, also da ist auch das Police das aber alles gleich, ne auch wenn ich sie nicht und sicherlich langsam ja, ne so für Waffen und ich weiß ja auch noch, dass also auf jeden Fall gibt es ja, ähm brauchst du wieder zurück, ja im roten Haus, wenn du nach oben gehst gibt es ja auch immer noch Waffen, gab es da immer noch viele ok, hier kannst du durch den Zaun durch so gut, Parkable haben sie ja wie gesagt aber auch ein bisschen was angebaut, ne hier vorne ist offen ja, ich nehme Gott auch die gute mit achso die Anaconda so, hier kannst du dich schön unter der Brücke verstecken, falls die ganzen Leute alle auf dem Dach drauf sind wir haben auch die Sniper wahrscheinlich ziemlich stark, ne ja, das ist einfach super heftig, Sniper lastig aber ich kann mir auch vorstellen, wenn die Leute oben auf dem Dach drauf sind und dich halt immer schön unten in den Häusern drin bewegt, dann kriegen die auch ganz gute Probleme ich will nur mal so gerne wissen, wie schnell die dann die ganzen Dächer da voll barrikadiert haben und man echt da kaum noch vorbei vorankommt was ich aber auch wieder ganz nett finde ist, ähm, wenn dann zwei, ähm, auf dem einen Dach welche sind und auf dem anderen Dach welche sind und sich da beide, ähm, gegenseitig, ähm, barrikadieren das muss ich auch auf jeden Fall sagen, wäre ganz nett Wollen wir mal auf die Brücke drauf? ja, kann man machen da oben kommen wir, dann können wir noch mal kurz ein bisschen gucken auf die Kamera genau, dann können wir uns mal die Sicht noch mal von oben angucken dann können wir mal gucken, was gut raus ist, damit wir es auch gleich finden genau, dann schauen wir uns das ganze hier noch mal von oben ein bisschen an oh, was ist hier immer schon ein Stein hoch? ich muss ja sagen, dazu Ah, wen haben wir denn hier? Hier oben haben sie auch einen kleinen Minitary Loot hingebaut sehr gut, dass wir hin hingegangen sind Minitary Loot das heißt, wir mal gucken, ob es Kisten sind oder ob wir Waffen liegen ja, okay, ich Sniper nicht direkt, aber Kisten ähm, M16, Skars, also was kann ich hier spawnen, Granaten ja, Kanad können hier oben wahrscheinlich ausbauen so, die Flair ist äh, mir liegt das Gas, willst du die mal mitnehmen? oh oh, aber eigentlich mag es Gas ganz gerne ja, nur Flair, der Alter, ich meine, jetzt vielleicht macht die Flair, auch nicht die Sinn ich meine, guck mal, wenn die Art Delflitz-Zombies-Unwolle dann natürlich und die Ballast die Flair dahin und alle da 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 laufen werden aber alle da sind gar die Flair, wo auch was kann denn die eher zu dir das hätten sich vielleicht noch mal ändern müssen, ich finde, eigentlich sollten die Zombies dahin laufen zur Flair halt da wo sie landet, weil ich meine da hätte ich jetzt, wüsste ich nicht, dass wir oh, hier, guck mal, hier, hier mal guck mal, hier, kurz hier, haben wir auch military loot, da sind zwei Zelte okay wow, guck mal hier runter, nice ja, genau, und da auf den Dächern war immer früher noch recht viel loot, aber grad nicht so aus guck mal, auf die ganzen da, ähm, ganzen Barrikaden und hier auch hier oben ein schöner Bunker, da kannst du wahrscheinlich hoch, hier von Dach zu Dach hoppen, guck mal, wie weit das hier geht, hier kannst du einmal komplett von links nach rechts, der einmal einen abjuckeln und das rote Haus ist gleich wo? das rote Haus ist, warte da hinten okay oder? müssen wir nochmal gucken gut, dann hier runter? das überleben wir nicht, ne? das überleben wir nicht ich hab immer Angst mit, oh, ich hab so Angst, dass hier wieder mein Spiel sich aufhängt ich glaub, wir kommen hier die Brücke runter, mal gucken oh, ich hab Angst, dass hier mein Spiel sich wieder aufhängt, hier das wär sehr, sehr ärgerlich bitte, bitte, bete zu Gott äh, das ist ja genau so scheiße hier ja, ich würd sagen, dass hier wie, ähm ach, ich würd sagen, überlebensaber boah ich bin grad außerdem runtergesprungen wo, einfach hier runterfallen einfach runterfallen, in Vandalische Dx rein aber hast du ein Helm auf? Serani Moe das ist wie ein Final Destination da, mit diesem, wo die Brücke einstürzt oh, eigentlich ist noch so eine Brücke runter, sehr gut ja, ich find ja auch gut, dass man irgendwie recht schnell runterkommt ich mein, ein Bandage Dx haben wir, hatten wir schon ein Männchenhaus? ja, hatten wir schon hast du ein bisschen Metz? ja also, später, falls wir jetzt vom Hals bekommen gut gut du weißt noch, wo die dann würd ich sagen, wollen wir erstmal Richtung, ähm die Zelte? ja können wir machen ach, und jetzt müssten wir, ja, dann lasst du sie hier auf jeden Fall nochmal auf die Dächer weil das, oh, das sind noch neue Häuser hier, ne? ne, die sind die Kapflöne, ne? ne, die sind die Kapflöne, ne? hier geht die einfach schon wieder ne? oh, ich hätt dich grad so knapp erwischt meine Fresse oh, da habt ihr's gesehen wir haben grad so knapp ein Ding gezogen oh mein Gott, das Schlimme ist du ja, ich hätt hier ein Ding gezogen nötig erschrocken und weil jetzt ein Zombie wahrscheinlich ist hätt's gedacht, der hat's zurückgeschlagen, Alter vielleicht hätt's mich beim Tuch jetzt sofort kastriert Zombie kommt zu dir rein warte mal, warte hier schon drin weil sonst könnt ihr mir vorstellen, wie bei das das Endhaus ist dass man hier direkt aufs Dach kommt nein, die kommen immer bei den Zwischengängen in das Haus rein, oder? oder so, ja stimmt da wo die Zwischengänge sind kommt man immer rein einfach Fehler etwas tatsächlich entfangen also wir sollen uns halt ein bisschen mehr Zeit hier lassen, das alles genauer zu erkundieren ja, ich komm mal ganz zu dir, ne? oder ist hier ein Zwischengang? ne, aber ich glaub ich stell mir vor, wie gesagt, du sitzt auf dem allerletzten Haus drauf und man muss erst die ganzen Häuser von in hier alles haben man muss erst mal die ganzen Häuser entlang rushen und stürmen ne, du kommst nicht mal hier hoch, du musst um hier mit Kisten, wo ich mein, warst du schon ganz am Ende? ich bin ganz am Ende ich bin ganz am Ende wir sprinten hier recht viel, muss ein bisschen aufpassen mit Zombies hier kommt man zum Beispiel auch nicht mehr weiter sehr interessant ja, das ist echt ganz komisch ich denk mal dann vielleicht kommen wir auch in der Mitte von irgendwo hoch hier einmal in der Mitte waren wir so ein paar Dinger hier hier zum Beispiel kommen da, aber es wird auch nichts sein ach, hier sind wir noch ah, eine Treppe wie früher ah, jetzt, ja, eine Treppe ah, okay, dann kann man hier rechts alles ablaufen gut ach so, da, ah, ja, deswegen, dann war's ja, es war echt nice und man war's gar nicht, ja, okay, da muss man sich auch einer hier mit der Pumpe an hier hinsetzen boah, hier, hier mit der Pumpe hin guck einmal bei mir hier kurz, hier mit der Pumpe hin oh ja, die Eingang bewahren, ne schön da hin und dann, ja, kann sich schön die Oberstachsetzen alle weg, fliegt in die unten, dann kommen alle anderen, die von oben, die Kanzler muss aufpassen, dass von oben wir nicht weggeschossen sind ja, ich war what are you doing, man ne, fünf Schüsse, die brauchen wir da können, die reichen dann wollen wir wieder runter, ich springe runter, ne mach was gut gut so, die Military-Zelten, er ist echt groß, ne ja, auf jeden Fall ich glaub, das rote raus war halt hier hier ist rote raus, genau schmeiß mal das Tier auf die Lecke okay oh, nervt das denn mit diesem hackigen Anrufen, ey so, gut kommst du mit, oder was? warte mich zum guten Ort ich wollte hier ja nicht mal lang oh, hier ist noch mal ein Millimeter-Zelten die gibt's echt ganz gut neu im Millimeter-Dude jep boah, ich liebe diese Flags irgendwie so gern ich geh mir die alle mit oh ja, hier ist noch mein Millimeter-Dude gibt's auch was gut, ne? zwei hässliche Helden, die nehmen wir auf jeden Fall nicht mit können's schon sein, ja, ne? das nicht ne, doch nicht ich dachte hier war irgendwie krass aber doch mal ne, was? ich dachte hier wer grad nicht dran hatte sie ist aber noch ein Riot-Schild oder? ne, doch nicht oh, geht's hier hoch? ja, hier geht's hoch komm mal, wir gehen auf das Dach hier nochmal komm mal, hier, komm, bist du hinter mir? jo hier gehen wir mal drauf äh, äh, äh mhm was liegt hier? Munition MP7 war es MP7 Munition oder? ja, und AK Munition wow, nice ganz geil, dass da um die Munition liegt naja, einen hab ich nicht genommen ja, das ist ja geil, die ja ah, genau, hier sind auch ein paar Zelte, ne? genau, deswegen wollte ich hier mal hin das ist aber neu jetzt hier ne? Dann haben sie es ja jetzt ein bisschen vergeilert hier. Ja früher waren einfach hier nur ganz viele Zelte. Dann haben sie einfach noch ein bisschen weniger Zelte und dann noch ein paar bisschen Dinger. Ja, 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 ja. Das war mit ihm. Alle, die Flares haben, bitte tradet sie mit mir. Ich bin der Flair-Collector. Silvester mache ich dickes Feuerwerk. Ich habe auch eine Frag-Ganone. Und die brauchst du hier? Ich brauche eine gesamte Flair-Ganone. Ich habe auch eine Frag-Ganone. Was hast du? Das ist eine Granate. Was für eine? Ja, eine Granate. Eine ganz normale? Ja, eine Granate. Soll ich die mit abwerfen? Mal gucken, was passiert. Wo? Hast du sie gerade gefunden? Ja. Alter, dropp die mir mal mit E. E? So droppen. Hast du sie gerade im Zelt gefunden? Ja, war im Zelt drin. Du sagst gar nichts? Soll ich die mit abwerfen? Kling. Hast du volles Leben? Ja. Ich glaube killen wird sie es nicht, oder? Nein, wird sie es nicht. Nein. Wäre sie ein bisschen okay. Warte mal. Muss man sicherlich auf 3 legen. Nein, auf 3. Genau. Soll ich mal? Ja, warte. Wenn ich sterbe, schlage ich nicht. Wow. Oh, ist sie stark, man. Du hast wie viel? 75% hat die gezogen, ne? Ja, man. Ja, man. Ja, so ein ganzes Mal aus dem Zell weg. Muss das sein. Oh, die gezogen, man. Die sind richtig stark. Ja, ne? Das sind ja keine mehr. Verdammt. Verdammt. Die waren bestimmt sehr selten. Diese werfen die einfach weg. Achtung, Achtung, was ist das? Oh. Na ja, eine Muni. Jetzt habe ich mal eine Muni verschossen. Alter, und eine Granate. Das heißt, du hast jetzt mal Frack-Grenade und nicht mehr Grenade, ne? Ja, früher ist ja auch schon ein Frack-Grenade. Reicht? Schon. 75% finde ich der bestab. Okay, du hattest keinen Panzer an. Doch, wobei. Aber gut, ich bin auch bisschen reingelatscht, ne? Ja, da standst du nicht drin. Trotzdem, hier, warte. Ich guck die ganzen Zelte an und was dann nochmal ganz fix durch hier. Ja. Und mir gefällt das ja hier supergut eigentlich. Vielleicht kann ich das mal hier machen, ne? Der Frack-Grenade, alter. Dir ist mal krank. Das geht gerne, lass. Du musst ja schon hier aufpassen, na, das sind ja echt werteile. Ich guck mich, das ist echt werteile, das geht. Scherf, der ist keine Helfaufgaben, ne? Aber ich finde die echt ziemlich stark, ne? Ich glaube, die so recht seltene. Aber ganz ehrlich, ich bin da zwei, wenn einer im Post Office dran sind und sagst, ja okay, zwei Granate. Oder man hat die auf Slots verteilt oder so. Auf Slot 3, 4 und 5, oder so. Da gab es einfach einen Garten. Und dann läuft das auf einmal 3 Granate rein. Ja, die Granaten werden ziemlich lustig sein, ich glaub hier das rote Haus. Ganz ehrlich, wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass wir noch die Machen haben, oder? Ich glaub, die gab's ja auch schon früher noch. Ja genau, aber wir wollten immer mal eine werfen und wir aussehen wie die ist und so. Ich muss ja sagen... Werfen wir eigentlich grad auf mich und nicht auf irgendeinem Spieler, den wir irgendwann mal sehen. Das Aim hatten wir auf jeden Fall, ne? Ja. Da muss man, so wird jeder eine Granate in die Hand nehmen und dann noch so einen Bambi werfen, der keine Waffen hat. Oh man ey. Klinge grad in Richtung rotes Haus, ne? Aber das ist nice, weil die meisten Eingänge, oder wenn halt irgendwo einer drinsitzt... Ja, Postaufwärts, dann muss er da rauslaufen. Das Gute ist eigentlich, dass es ein bisschen braucht, bis es explodiert, ne? Vielleicht man kann eigentlich noch gut pflichten. Aber man muss halt dann rauskommen aus einem verstecken. Oder im letzten Raum reinwerfen, ne? Ja, deswegen gar nicht. Ganz im kleinen Käpper kann man damit aufräumen. Sondern du wirfst einfach bei einem Postaufwärts durchs Fenster oder so, oder bei einem Medical halt hinten rein. Das ist glaube ich auch nicht einfach, ne? Also beispielsweise durch Fenster werfen. Du musst ja erst nur Flagern mit. Die Flagern wird jetzt Rarität sein, weil alle wollen ein bisschen üben. Ich glaube hier war es immer so, dass, ähm... Genau, erst auf der dritten Etage können Waffen glaube ich kommen. Das ist einfach mal über den Fernseher rein, oder was? Ja, genau. Das ist ja schon von das weltbekannte rote Haus. Ja, genau. Das dritte Haus. Wartest du kurz auf mich? Ja, genau. Steht aber noch ein bisschen Mets zur Seite. Ich hab grad keine Mets mehr. Ja, auch nicht mehr so viel. Okay, eine Bände stecks hatte ich noch. Hier ist es locker schon. Achso. Ne, oder sind wir ganz oben? Ja, auch nicht mehr genau. Ne, ich glaub ganz oben. Genau, ganz oben. Das kann gut sein. Haben sie hier irgendwas verändert? Ich guck mal kurz, ob sie hier noch rein sind. Ne, hier ist alles leicht. Ne, hier ist alles leicht. Nicht schlagen bitte. Du siehst so aus, wie du mich hauen möchtest. Komm hier rein. Was ist das denn hier? Wie er einen nun aufgespießt hat? Hast du noch ein bisschen Platz? Hier liegt noch eine Katana. Nein. Das ist doch ich ne Arne. Ich dachte das wäre sogar... ...ne andere Katana. Ne Yoko oder so. Ne Yokoto. Hier sitzt auch schon wieder einer. Was ist das denn noch? Kriegert. Und was mit einer Nagelpistole? Achso, wie? Nein, aber die gibt's ja auch, glaub ich, drin. Ist lustig. Gut, dann müssen wir mal gucken, wo wir es noch nicht waren. Ich denke mal, das Haus haben wir abgecheckt. Ich guck noch ein bisschen aus den Fenstern raus. Also, hier haben wir noch einen Bulledom da. Kann sein, dass irgendwann noch ein Zombie hochkommt. Ne, das ist das Gefühl, als wenn sie auch mehr auf diesen Brücken mehr Meditation loot gepackt haben. Kann sein, dass sie halt überall immer da so einen Zaun drauf gemacht haben. Weil ich guck einmal aus jedem Fenster mal raus. Unko ist hier noch ein Zombie im Haus. Ja, kann sein, dass nur noch kaputt ist. Ja, da kommt er endlich mal. Ich glaube, hier gab's aber... Lass uns mal kurz in die Räume gehen. Wie bitte? Lass uns mal kurz in die Räume gehen. Mach glück mal. Lass uns mal kurz in die Räume gehen. Mach glück mal. Lass uns mal kurz in die Räume gehen. Mach glück mal. Mal kurz in die Welt wieder zurückgehen. Kann man essa. beats gehen? So, fire drauf. Lass uns mal die Räume gehen. Da, was die Räume gehen kann? hier ist ein Balkon er ist richtig nice hier ist ein Balkon Jungs er ist auch neu, das ist auch nice glaube ich das bleibt auch neu guck mal hier kannst du von hier aus alles die ganzen Dächer weil das macht man nicht gegen den Stapel drauf aber ansonsten sieht das noch ganz nett aus wo wir noch hin wir müssen mal gucken, wo wir noch nicht sind ich glaube, waren wir hier schon hier rechts müssten einfach mal nicht da waren wir schon hier rechts geht ja nicht mehr wir wollen ja auch jede Ecke, die hat nicht so interessant, was in Amokos dabei schon aber es ist einfach super viel shitty Looten die ganzen Bündnis aber ich kann immer wieder sein die Staping-Dinger und ich will eine Granate die sind ja nur gleich werfen wie du sie ja wirklich aufgenommen hast da hab ich bisschen Schiss gehabt, denn du wärst echt fast gestorben Sie sind alles ich weiß nicht, dass dieses du bist ein hier auch ein hier auch immer witzig herrn und das ist ein Verkommen hier so zack zack denn es ist der Geheimdiener kommunikiert man um dieses Haus sein die Antilötiker auch wegen müssen wir nicht vergiften das ist deine Schmerz Ja, das ist kein Ding mehr ab. Okay, hier sind wir jetzt schon in Richtung... Wir sind einmal komplett durchgelaufen an sich. Das ist ja auch die Mainstraße, die wir gerade abgelaufen sind, ne? Ah ja, das Haus gab's auch schon vorher. Aber da hatte ich gestern schon mal raus. Hast du das bisschen mehr gehört, ne? Du musst immer denken, ich bin nicht so schnell. Ich muss dir alles zeigen. Du weißt ja nicht die... ...die Aufnahmekamera. Richtig. Wir müssen auf der Etage. Ganz oben bin ich. Aber da gab's noch irgendwo... Wir müssen hier ein bisschen rausgucken einmal. So eine ganz kastige Stelle. Oh, ich kann den Ball rausschießen. Ja, hier gibt's doch überall Dächer, ne? Ja, da gab's irgendwo so ein Loch im Ding, da konntest du durchschießen. Da warst du nach unten gucken. Ja, hier war das nicht. Oder war ein anderes Haus? Weil du warst auf der obersten... Nee, da warst du dann von oben... Nee, oder? Nee, das war nicht das Haus, glaube ich. Ich muss nochmal anders ausfinden. Du warst das Jugendmeer, hier kommst du auch zumindest schon mal aufs Vordach. Guck mal, hier ist auch ganz geil. Mann, du kannst eigentlich... Wenn du hier im Campus bist, du bist eigentlich an sich nirgendswo sicher, weil du überall abgehst. Guck mal, hier ist noch eine Leiter runter. Ist ja nice. Hier ist eine Leiter noch runter. Hier geht's noch mit der Leiter runter. Ja, vergess das halt. Ah, ich glaub, du meinst das hier, oder? Was denn? Hier ist noch ein Hinterengang irgendwie. Nein, das ist warum einfach ein Loch runter. Und dann kannst du da rund durchschießen. War ganz komisch eigentlich. Ob das ein Back war, oder ob das noch ein Fehler war. Nein, das ist ja so. Nein, das ist ja so. Du bist ja. Was ist denn da? Komm ich da auch hoch? Boah, dann was ist das denn denn? Du meinst das da, ne? Ja, das war heftig. Ja, hier ist auch das Safe Zone, ne? Wie hast du das Safe Zone gemacht? Ja, einfach super dicht an der Safe Zone jetzt auch dran, ne? Das ist auch gar nicht ganz witzig eigentlich. Ja, deswegen ist es auch einfach schlau, mal hier was hinzubauen, ne? Einfach dann für andere Safe Zone auch, ne? Ja. An sich kann man jetzt auch, guck mal, man kann jetzt hier eigentlich hier, wenn man jetzt so derverskalle Dreieck da jetzt. Von den ganzen guten Cities. Smallville, Clearview, Campus. Und du wusstest was, du hast dir den Experience wieder auf 5 zurückgesetzt. Ach, das stimmt. Verdammt. Aber wir haben ja kurz ein doppeltes XP-Wochenende. Oder was das saß? Warum? Was mit hier? Irgendein Haus, da war ein Loch drin. Was zeig dir jetzt? Vielleicht hast du es auch nur geträumt. Ich habe das auch ganz genau gesehen. Das ist doch schon hier kopiert hier. Was mit dem anderen Haus, was du gerade eben reingezogen hast? Das muss ich mir gleich kurz noch mal reinziehen. Ne, ich nehme eh... Hier, wann war das denn? Warte mal, komm mal da hoch. Ja, sieht so aus, ne? Ja. Und runter springen, hier? Oh. Mit Sprint können wir... Warte, wir können aber da hoch... Und hier runter können wir einfach. Ja, auf den Zaun da. Und du es triffst. Betroffen? Ja. Spring aber sonst bitte weiter rechts, nicht dass du da reinfällst. Ich meinst du weiter links? Ja. Mach das schon. Das macht ja, Mensch. Mach das Spaß? Das ist schon legendär. Ja, mach 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 mach. Das ist schon wie fantastisch, hier. Ah, hier sind Zombies drin. Hallo, mir hat gerade keine wirkliche Baumwolle. Das ist das Mossberg-Building hier. Da sitzen die an jeder Treppe. Gehen wir nach oben? Boah. Hier kannst du dich gleich gleich mit der Safe-Zone anlegen. Oh, geil! Ich hab wirklich zwei Brecheisen. Wisst du? Ich bin jetzt ein bisschen reingegangen. Oh, ich darf mich jetzt auch mal ein bisschen krank an. Ich muss mich gleich mal angucken, wie hier auch geht. Ich glaub, da geht's nicht. Wie das muss ich sein? Komm mal her, wo bist du? Guck mal, hier kann man direkt dann auf die Safe-Zone schon gucken. Also man kann ja schon ab und nach in die Safe-Zone reinkommen, aber man kann ja fast nur auf die Safe-Zone rausbeulen. Also daher stelle ich mich nicht mehr anlegen. Du bist gleich Frau Korn, oder? Du bist gleich Frau Korn, oder? Nein, wie geil. Guck mal, was für die wir Bob sind. Ja, wie geil! Ich hab eine Nagelmaschine. Und ich hab nur noch auf den Helm, egal was in die gefunden. Da ist hier drin. 35 Schuss, die? Da muss auch ich die Magazin mitnehmen. Guck mal, sollte der Mannschuss gehen? Ja. Die Mann, die Mann, die Mann, die Mann und die Mann, 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 die Mann. das ist ja auch ganz gut das ist ja bei der Zonni jetzt ich habe drei dabei gehabt eine musste ich eine komplette muss durch die Fremdschel muss in meiner Meinung die ganzen jetzt kommen die Anachter jetzt ist es ich bin lieber betreffend die Welt ein dass die perfekten von mir die Maschine damit voran geht die die sie sind um ab die Erklar das Bösen weil er nicht immer so erlaubt er nicht er hat auch die richtigen Hände jetzt ich nehme die hinter dich hinter dir ne die ist einfach nur Legendary die kann man hier neu kaufen kann man nicht oder? doch kann man doch kann man? ich kann man da kaufen 35 Schuss ist genau der Zollikeler hier können die jetzt nicht alle wieder looten weil da noch ein Nagel in den Kopf steckt ich meine du drückst fünf Krüger Schüsse in den Bauch gehen nicht sterben aber ich drück mir einen Nagel in den Kopf so Jimmy was geht ab Bob der Baum heißt da oh was zu essen echt? ja ich hab heute gar nichts mehr so was wo waren wir noch nicht? wo müssen wir auch hin? weiß ich nicht aber mal einfach noch in eine andere Richtung aber ich bräuchte mein Ding eher was essen ja finden wir gleich schon was so wir haben kurz die City geboot ich komm zurück ich balle die Ohne zu sehen mal ich will ich bin ich bin ich bin ich bin ganz gut ich bin ich bin ich bin ich bin das ich bin so hat er doch mehr mit Katara wieder gearbeitet. Watt, das Geld lässt er hier mal liegen. Dann kannst du neue Nägel kaufen. Guck mal, hey, umwie steckt meine Nagelpistole. Guck mal auf mein Backpack drauf. Scheiß Stecker weg sind. Heike Boss oder was? Zack. Noch einmal einen Schrauben schütteln. Ja, gut, denn da bist du nicht so einfach da, ne? Gibt's denn ja ein weiteres Medikament? Nein, glaub ich nicht. Ich hab gerade sie kommen, ne? Schon ein bisschen mehr, ne? Schon ein bisschen mehr, ne? Dann lassen wir mal so ein paar Drücken gehen, ne? Dann würde ich sagen, hier noch einmal und hier waren wir noch nicht runter. Ich meine... Da runter? Ja. Wir kommen auch gerade her. Da wird, ähm, die Frackmann abgefunden. Ja, okay, stimmt. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Ja, eigentlich schon. Kann man da über ne Brücke raus, die du jetzt rausgesucht hast, die Brücke? Guck gar nicht. Ich bin mir eigentlich gerade etwas zu trinken, äh, zu essen besonnen. Aber ich geh aber gerade in das Haus hier rein, das wurde. Ja, geh einfach irgendwie in den Häuser rein. Und dann wird schon irgendwie da rumliegen. Aber das kann ich sagen, ist unser Rundtier durch Kampus schon vorbei, würde ich sagen. Guck mal kurz hoch, da oben ist ein Military Zelt. Bei dir da? Ja. Ja. Ja, stimmt, da sieht man Dach was gucken. Ja, okay, versuchen wir's. Wo kommt man... Ah, Dach, Dach, komm, wo? Warte, wollen wir kommen? Hast du den? Voll? Hm, no. Hm, sieh mehr eh nicht. Bin wahrscheinlich im Haus drin. Gut, was heißt. Ich nies einmal ganz kurz und dann kann man oben. Aber pass auf, das fällt jetzt nicht Pulen. Nö, 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 nö. Nö, nö. Da kann man das, was man damit tun kann. Ach so, ne so laut hier oben da hinten hat es den Militärer gesehen da würde ich sagen, mache ich einmal ganz kurz hier nur so ein Zwischenspeichern von meiner Aufnahmedatei damit das jetzt hier ein Disconnect bekommt und dachte ich alles da frisch ist so, dann wollen wir wieder zurück nur einen kleinen Schnitt, weil wie gesagt, hier habe ich eine schlechte Erfahrung auf den auf diesen umgekippten Autobahnen hier gehabt oder Schnellstraße, wie auch immer, oder Highway könnt nennen wie ihr wollt haben wir nicht auf dem schon weiß nicht, warum soll hier kein Granat liegen was holst du mir die Grenades raus? aber mach nicht, wenn du mich wirfst, ich bin tot war ein Spaß, ich weiß nicht, ich zeig dir gibst die bei dem Chef hast du mir eine Frequenade? die gebe ich dir die ganze Bescheid, du hörst die Hüte auf mich, weil du weißt, dass du eine volle Leben hast damit töten wir bei dem Zombie sag mal her lass mich die man nicht aufnehmen so ein Riecher dafür müssen wir mal voraus ja, ich geh aber zum ersten zum Po, denn ist ja nicht so schwer, hier ein Ding abzugraben so, nein das heißt, die Brücken haben sich ja richtig dick gemacht, ne? ja, mit Lud, ne? ja muss ich auch sagen aber fehlt dir nicht ein Medical Haus wann finde ich mal zwei Medical Hüte? ja, eins im Parko, wo wir fertig ja, gut, würde ich sagen, oder? und jetzt haben wir wieviele Granaten haben wir auf Instagram bekommen? zwei das heißt im Medical, äh in Military Loot einfach, ne? ich denk mal das wird von also so extrem selten sind sie dann doch oder doch nicht, ne? weiß ich jetzt nicht genau, ne? aber ich denk mal sie werden jetzt nicht so sein, dass man jedes mal, wenn man irgendwo in Medical drin sitzt, dann gleich Granatendarfolge oder so ne, glaub ich auch nicht dann setzen sie auch noch runter die Spawn, wenn so viele die haben jo kann sein, dass sie die am Anfangs bisschen höher setzen, damit werden sie erstmal so geil geeinführt ähm und das Spiel dann runtersetzt, da ist keine Zeit gut, dann würde ich sagen, war's das wir bringen unseren restlichen Loop jetzt hier nach Goblin Peak Settlement, würde ich sagen, zurück ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere kleine Rundtour was haltet ihr vom neuen Campus und von der neuen Granate, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht lasst einen kleinen netten Kommentar da und dann kann ich, ähm, sehen, ja, genau, was ihr davon haltet oder andere dann können wir ein bisschen diskutieren wie auch immer, haut rein, bis zum nächsten Mal stay evil